So, wir möchten, wie man zum Neu-Schwäbisch sagt, einen Teaser machen jetzt. Das heißt, wir zeigen Ihnen unsere Sänger, die wir dabei haben, ganz kurz noch vor der Pause, damit Sie wissen, was nach der Pause dann auf Sie zukommt. Und wir fangen an mit einem Stück. Sie werden es auch mal wissen, ich sage es trotzdem, meine Mutter hatte eine Lieblingssorte Schokolade, die sie immer gegessen hat, als wir noch in England gelebt haben. Sie unterbrechen mich, wenn Sie es schon kennen, oder? Und die Sorte hieß Black Magic. Das war also eine Zartbitterpraline, so eine Sortierung, so verschiedene Geschmäcker. Und Sie wissen ja, uns ist jedes Mittel recht, um Stücke, die wir gerne spielen wollen, in einem Programm unterzubringen. Und dieses Stück heißt That Old Black Magic und erinnert mich an die Pralinenmark, die meine Mutter immer gegessen hat. Sie vielleicht auch jetzt. Und singen wird die Saarländische, die Saarländerin, es kann nur eine geben, Laura Borchers. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020